Ich habe heute ein gutes Auswärtsspiel meiner Mannschaft gesehen, vor allem in der zweiten Hälfte. Ich denke, dass wir, je länger das Spiel auch heute gedauert hat, den Respekt abgelegt haben vor diesem guten Gegner. In der ersten Hälfte war es so, dass Bayern natürlich ihre individuelle Qualität und ihre Klasse ausgespielt hat und auch gute Aktionen gehabt hat. Einmal haben wir nicht gut ausgesehen, als Sonnes Tor erzielt, wo alleine im 16er zum Schuss kommt und dann bist du 0-1 zurück. Und nach dem Rückstand, nach der Regenpause, denke ich, waren wir besser im Spiel, sind besser ins Spiel reingekommen, waren mutiger, waren kompakter und waren gefährlicher auch in der Umschaltbewegung. Und haben dann zwei richtig gute Möglichkeiten, einmal Kajubi, wo er eine hundertprozentige Chance hat, es war einmal über rechts auch, ob wir im Konter dann die Möglichkeiten gehabt hätten, um hier ein Tor zu erzielen. Aber wenn du kein Tor machst und wenn du einmal hinten nicht aufpasst, dann stehst du eben ohne Punkte da. Und ja, deswegen gratulieren wir und machen weiter. Danke.